Als die Bauern zu Hause waren, standen die Tiere gelangweilt rum. Während die Bauern zum Markt fuhren, haben die Tiere den Fußball rausgeholt. Und der erste Platz geht an Team Schwarz und der zweite Platz geht an Team Weiß. Und als die Bauern wiederkamen, standen die Tiere wieder gelangweilt rum. Und wart ihr auch alle schon brav? Untertitelung des ZDF, 2020